und willkommen zurück hallo wir sind ja immer noch im gleichen ladebildschirm ein gutes zeichen dafür dass man nichts verpasst hat ganz genau der zeit wie viele episoden hat das kapitel hier eigentlich ich tipp auf zwölf vielleicht aber auch fünf ich hasse mit fünf plus minus zwei ich mag drei mag ich auch nicht muss schon viel sein soll ich nicht mal ein bisschen das wäre vielleicht auch nicht verkehrt also ich wäre soweit okay ekelig die kommen ja einfach zum wasser ja was ist ja ich bin ordentlich gut ich will auf die wiese ich verstecke mich auf den stein ich verstecke mich einfach ich habe den stein gefangen richtiger wundling na hier haben wir doch was ein smoker getötet nein also in der map hier bin ich aber nicht so von dem sniper begeistert hey da hängt jemand der so alles mit sich rum trägt die rambo schlafen schuss super hol Ja, ich nicht. Nehm mir eine Schottsflasche. Lade nach! Achtung! Da gehen wir mal fegen, ey. Zersäge euch alle. Lasst Dampf ab, Bennet. Oioioi. Ihr Schweine! Ihr müsst alle mal Dampf ablassen. Lade nach! Nachladen! Lade! So. Lade nach! Mh, 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 mh. Es geht nur über den Notausgang. Splittergarten. Kein für dich Schaum! Granaten. Sie kommen. Oioioi. Da kommen sie! Aber ich hab ne Rohrbombe und das haben die nicht bedacht, die kleinen Sträuche. Hä? Puh! Wo bist du? Soll ich dich mal heilen? Äh, nö. Okay. 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 Und da noch viele? Höh? Oha! Fuck! ohpage da ist die witsch Kann man sich da jetzt vorbeischleichen oder nicht? Ja, könnte man bestimmt. Sollen wir kämpfen? Wir könnten ja auch einfach mal beweisen, dass wir schleichen können. Okay. Hauptsache ihr rennt und ich duck mich hier auch noch. Ist hier ein Schutzraum? Ja, dann heil mich halt. Ich brauche eigentlich nicht, aber... Okay, danke. Ein Granatwerfer. Und eine Magnum. Was ist die Magnum? Magnum Privatdetektiv. So. Was? Was? Zieht der dich? Hilfe! Was war das denn? Und jetzt kommen sie alle. Ich zieh den. Schau, ey. Ja, wo Schell? Schieß halt. Ist auch in Ordnung. Wo bin ich hier? Toll. Der Verband hat sich ja vorhin total gelohnt. Ich muss durchhalten. Wo müssen wir lang? Hier, ist es richtig? Also ich weiß nur, ich muss durchhalten. Sind wir nicht von da gekommen? Nee, keine Ahnung. Hey, noch mehr Schmerzmittel. Ja, nehmen wir halt nie. Piu. Wo ist? Wurde, wurde. Oh, die sind auch weg. Baduuu. Lade nach. Lade nach. Komm, geht mal alle arbeiten, ey. Lade nach. Was kommen sie nicht? Mit der neuen Berührung? Ja. Nicht so. Lade nach. Boah. Hahaha. Du gehst kein Heim. Moment, ich muss heilen. Moment, ich muss heilen. Lade nach. Äh. Ich würde sagen, hier lang. Was? Links, rechts? Rechts. Ein Schutzraum. Wey. Da ging ja flott. Lade nach. Mie, mie, mie. Und zu. Scheiße, Mann, ja. Wupp, wupp. In the battle. Das ging ja fix. Da. Da ist schon geregelt. Erste Mal, glaube ich, dass ich Platz 1 dabei bin. What? Dafür habe ich den Tank vernachlässigt. Ja, hier machen wir wieder ein Päuschen. Ja. Ja, tschö. 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 Tschö.